Ah, ein Häufchen und kaputte Sneaker? Welcher Vierbeiner ist schuld? Ein tierisches Verbrechen wurde begangen und du musst den Verantwortlichen finden. Mit Hilfe von Hinweisen und logischem Denken wirst du herausfinden, welcher Verdächtige zur Tatzeit an welchem Platz saß. Es stehen sechs Kandidaten zur Auswahl. Alle haben ihre Alleinstellungsmerkmale. Zum Start wähle eine der 40 Herausforderungskarten und platziere das entsprechende Plättchen auf dem Spielfeld. Oh nein, hier hat wohl jemand die Hausaufgaben zerfetzt. Du erhältst mehrere Hinweise, die dir bei der Aufklärung des Falls helfen. Die Spieler kombinieren die Hinweise wie Pfotenabdrücke, Spielzeuge und Erkennungsmerkmale der Hunde, um so herauszufinden, wo die Hunde zum Zeitpunkt des Verbrechens saßen. Hast du die Hinweise richtig kombiniert, wirst du sehen, welcher Hund das Verbrechen begangen hat. Und hast gewonnen! Dog Crimes ist ein Logikspiel für einen Spieler ab 8 Jahren. Es beinhaltet ein Spielfeld, sechs liebenswerte Hundekarakteren, sechs Verbrechensplättchen und 40 Herausforderungskarten mit Lösungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017